sie sind live auf youtube was haben sie zu sagen sie sind live auf youtube was machst du denn da so die bullen waren bereits schon anwesend ja mamma jalla jetzt gibt er gas radioaktiv jetzt fährt er gegen das auto ich sehe nichts ja mit einer super sportler auf jeden fall da geht die ganze 125er fahrer und dann so eine 650er immerhin drin ja 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 ach ja 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 Ja, leider ist noch kein Mikrofon am Stüttel. Das kommt auch noch. Junge, was ist mit ihm, Alter? Jo, zu krass, er hat sogar Metall an seinen scheiß Füßen und funkt. Achtet mal auf den linken Fuß, vielleicht kommt es nochmal. Oder ich spholt einfach zurück. Und bei unserem Glöck stehen jetzt nach vorne gleich spholt. Bullen? 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 So, Philipp haben wir verloren, erfolgreich. Da waren die Cops. Das ist natürlich scheiße, wenn die da die Beben getroffen hat. Aber... Dicker! Philipp ist abgezischt wegen den Cops! Ey, scheiße! Komm mal runter! Ja! Wir haben noch eins noch. Ey! Ey! Lass mal bitte! Leute, 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 Leute! Hallo! Stop it! Come on! Boys, come on! Come on! No stress! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Stopp! Hey! 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 It's okay! It's okay! It's okay! It's okay! Alles gut, Leute! Alles gut! Alles gut! No, no, no! Hey, man! Man! It's okay! It's okay! Hey, stop it. Come on boys.